Frauen sind in der Kommunalpolitik deutlich unterrepräsentiert. 2095 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gibt es in Österreich derzeit. Davon sind nur 199 Frauen. Ein Fixpunkt im Terminkalender dieser Frauen ist das alljährliche österreichische Bürgermeisterinnen-Treffen, das dieses Jahr in St. Anton an der Jesnitz bei Gastgeberbürgermeisterin Waltraud Stöckel stattfand. Das Treffen macht ganz besonders, dass die Frauen, also dass wir einen Austausch haben, einen Regen, dass wir sie wieder noch einige Zeit gesehen haben und ein persönliches Kennenlernen da ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es sind circa 60 Bürgermeisterinnen anwesend. Es haben sich fünf entschuldigen müssen, aber ansonsten sind wir um die 60 Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich. Der österreichische Gemeindebund ist Unterstützer dieser Zusammenkünfte. Die Mischung aus Austausch, Workshops und lockerem Beisammensein ist zu einer Erfolgsformel geworden. Ich habe es vor 14 Jahren eigentlich gegründet. Da waren wir noch eine kleine Spezies der Bürgermeisterinnen. Da habe ich mir gedacht, es wäre sinnvoll, alle zusammenzukommen und uns auszutauschen. Und jetzt in den letzten zehn Jahren sieht man ja, dass sich schon sehr viel getan hat. Also ist die Anzahl der Bürgermeisterinnen sehr gestiegen. Und jetzt ist es halt so, dass man den Austausch macht, persönlich natürlich, dass man auch sieht, es geht jeder gleich. Und auch das Fachliche, weil man merkt, was kann ich machen, was sind für Anregungen. Also ein ganz wesentliches Treffen. Und vor allem mit großer Freude machen wir es immer. Trotz des geringen Frauenanteils in der Kommunalpolitik zeigt sich ein Trend nach oben. Also zum Beispiel bei uns in Kärnten 1999 waren es zwei Bürgermeisterinnen. Jetzt sind es zehn. Und circa so, immer so von dieser Ebene von zwei auf zehn, das ist, es hat sich schon etwas verändert. Was für mich trotzdem noch Wahnsinn ist, es sind nur sieben Prozent. Also jetzt haben wir zum Beispiel in Kärnten 132 Gemeinden. Und davon zehn Gemeinden ist noch immer wenig. Also man muss als Bürgermeisterin, glaube ich, nach außen hin einfach sagen, dass es Spaß macht. Dass es wichtig ist, dass auch Frauen, Bürgermeisterinnen sich deswegen zur Wahl stellen. Und nur so kann man es schaffen, dass wir da auch mehr als bei den 50 Prozent hinkommen irgendwann einmal. Und ich glaube, es ist einfach mehr ins Bewusstsein gerückt. Und auch nicht zu vergessen, es sind ja immer weniger Kandidaten, die sich zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Aspekt, warum jetzt auch mehr Frauen angefragt werden. Und indem es ja auch medienmäßig mehr zum Thema gemacht wird, sehen wir, es geht gut. Und auch die Bevölkerung ist reif und offen für eine Frau an der Spitze. Und dass das Amt als Bürgermeisterin auch Spaß macht, haben wir vor Ort erfahren. Aber da gibt es so viele Dinge. Das Schönste eigentlich ist, wenn man jemandem helfen kann. Das macht eigentlich viel Spaß und von dem holt man sich auch die Energie für die zukünftigen Aufgaben. Das Schönste an meinem Job ist, dass ich was bewegen kann. Das Miteinander mit meinen Fraktionsmitgliedern, natürlich auch mit den anderen Parteien. Und ja, für meine Heimatstadt halt nach vorne zu sehen und doch etwas zu bewirken. Ja, eigentlich das mit den Menschen arbeiten. Und wenn man sieht, dass man ankommt oder wenn man dann schon eine Wahl geschlagen hat und dann die Vorzugstimmen noch einmal vermehrt werden, das ist dann schon die Freude, dass man bestätigt ist in der Arbeit. Ich war die erste Bürgermeisterin im Bezirk am Stetten und das war schon eine große Herausforderung unter der großen Männerdominie. Und es ist am Anfang schon sehr viele Vergleiche geschmiedet worden. Und wie kann man eine Frau herausfordern? Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile alles gelegt. Eine Frau stellt den Mann und mit allen Freuden und ja, jeden Tag eine große Begeisterung. Und was machen die Bürgermeisterinnen anders als ihre männlichen Kollegen? Ich denke, dass Bürgermeisterinnen ein bisschen mehr aus dem Bauch herausarbeiten. Das glaube ich schon, dass das eine wertvolle Geschichte ist. Das machen sicher auch Männer, aber ich glaube Frauen doch noch ein bisschen mehr. Was machen wir anders? Wir machen uns wahrscheinlich aber trotz alledem mehr Sorgen und Gedanken, ob wir es eh gut machen. Das ist vielleicht bei den Männern manches Mal nicht so, da müssen wir noch arbeiten daran. Ich glaube, so viel anders machen wir es nicht. Das kommt immer auf den Mensch drauf an, auf die Persönlichkeit. Die Bürgermeisterinnen, glaube ich, haben bei Problemen oder bei irgendwelchen anderen Projekten einen ganz anderen, weil sie wenden sich einen ganz anderen Fokus an. Ich denke mal, in gewissen Bereichen hat der Mann seine Stärken oder die Frau ihre Stärken. Man sagt schon, dass die Frauen emotional reagieren. Das kann sein. Aber ich glaube, es kommt immer auf die Persönlichkeit drauf. Aber vielleicht die Empathie wird da etwas mehr den Frauen zugeschrieben. Ich glaube, es muss ein gutes Miteinander sein. Was uns die Männer aber voraus haben, ist, dass sie sich immer schon gut vernetzt haben. Schon Jahrhunderte, glaube ich, bevor sich die Frauen vernetzt haben. Und es wird auch Zeit, dass sich Frauen vernetzen und diese Chance auch nutzen. Und da ist das österreichische Bürgermeisterinnen-Treffen genau der richtige Anlaufpunkt, um das Netzwerken zu fördern. Den meisten Frauenanteil hat übrigens Niederösterreich mit 75 Frauen an der Spitze bei 573 Gemeinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017